Über 150 Heuballen sind in der Nacht zum Montag im Brenzbacher Ortsteil Niederkainsbach abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Noch bis zum Montagvormittag waren die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Brenzbach und den Ortsteilen Niederkainsbach, Afföllerbach und Versau beschäftigt, um die Spuren eines Brandes von über 150 Heuballen zu beseitigen, der gegen 3.30 Uhr laut Polizei und Feuerwehr auf einem Acker in Niederkainsbach an der Bundesstraße 38 ausgebrochen war. Rund 50 Wehrlöte und alle Tanklöschfahrzeuge waren laut Gemeindebrandinspektor Jens Gotzig im Einsatz, um eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Bäume und Brennholz in nicht unerheblicher Menge zu verhindern. Dabei wurden die Heuballen auseinandergezogen und kontrolliert abgebrannt. Screenshots von 5 Vision Media, edited by Hashtag KOOGLI für www.polizei.co und www.brenzbacher.de B w gu die